Wird es bald wieder Nachwuchs im Hause Levine geben? Behati Prinzlua, 30, und Adam Levine, 39, sind bereits Eltern von zwei Töchtern, der kleinen Dasty Rose und ihrer Schwester Gio Krells, und zeigen sich privat super happy miteinander. Das Victoria's Secret Model postete erst kürzlich einen Schnappschuss, der sie zusammen mit ihrem Mann bei einem innigen backstargem Moment zeigt. Und offenbar scheinen die beiden so verliebt zu sein, dass sie über weitere Kinder nachdenken. Ich denke schon. Es ist nicht ausgeschlossen, antwortete die 30-Jährige auf die Frage des People Magazins, ob sie noch mehr Kinder haben werden, ich wuchs als Einzelkind auf, also wollte ich immer eine große Familie. Davon kann auch Adam ein Lied singen, wie er in der Elende Generis, 61, Show verrät, sie war ein Einzelkind, also will sie ungefähr 100 Babys. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das sind wirklich viele Babys. Laut seiner Frau ist der Maroon 5 Frontmann allerdings ein ganz wunderbarer Vater, es ist so aufregend deinen Partner dabei zu sehen, du weißt ja nicht, wie er als Elternteil sein wird, und es ist wunderbar zu sehen, wie er die Rolle annimmt und es liebt, vor allem mit zwei Mädchen, schwärmte Behati. Außerdem plauderte sie weitere private Details aus und verriet, was für sie als Mama die größte Herausforderung ist, du versuchst immer, dein Bestes zu geben und hast immer das Gefühl, dass du es besser machen könntest. Bis zum nächsten Mal.